Wie Mädchen und Jungs in der Mine sind, Original-Video ist in der Beschreibung verlinkt. Nehmt das Video nicht zu ernst, Leute, ich reagiere hier nur drauf. So, auf jeden Fall sehen wir Mädels, die benutzen Wassereimer, bauen ganz viele Fackeln an die Wand, bauen die Diamanten ab und Jungs bauen sich einfach straight herunter, schmeißen Cobblestone weg, die Spitzsacke auch weg, haben eine Effizienz 100-Spitzsacke, dann so eine komische... Was ist das denn? Diese Brille und haben ganz viele Diamanten auf einmal, lol. Und nach ein paar Minuten hat er das Inventar komplett voll mit Diamanten. Und jetzt setzt er die Brille ab und es sind einfach nur Cobblestone-Blöcke, es waren gar keine Diamanten, oh. Und nach ein paar Minuten hat er die Brille ab und es sind einfach nur die Brille ab und es war dadurch. Und da ist die Brille ab und es war damit, weil es war da und die Brille ab und es war da. Untertitelung des ZDF, 2020